So und damit willkommen zurück zu Cryo Fall. Ich bin mal wieder auf der Suche und zwar nach Kautschuk. Ich bin zu faul irgendwie im Internet mal zu gucken, wo es Kautschuk in diesem Spiel hier gibt. Normalerweise bräuchten wir einen Gummibaum, ein Messer oder so eine Hakenklinge, dann schneidet man da in die Rindse. Ich finde so ein Muster oder Rinnen und dann tropft langsam der Kautschuk da raus. Ich würde vermuten ich muss hier einen bestimmten Baum finden. Moment, da sind leider Spielerbäume. Da sind die Türklingel. Factory. Kein Platz mehr. Na toll. Zuckerrohr. Ich könnte mir halt gut vorstellen, eine bestimmte Sorte Baum müsste ich wählen hier in dem Spiel. Aber hier in dem Bereich wo wir rumlaufen, gibt es da keine anderen Bäume. Kautschukproduktion in Südamerika. Normal ist so Kautschukproduktion in Südamerika. Wir trinken erstmal was und essen noch etwas. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Platz. Da können wir die Bären mitnehmen. Hier sind wieder die Orangenen. So, jetzt fällt einfach mal hier wieder so eine Palme. Die aber aussieht wie jede andere Palme bei uns. Auch wieder normal. Auch wieder normal. Naturkautschuk. Ein Baum, der nachwächst. Flöte Schlange, lass mich in Frieden. Ah, das ist einfach nur ein nachwachsender Baum. Uh, Moment. Ist das ein... Ist das eine Birke? Okay. Das ist einfach... Mist. Gibt es irgendwas, was ich schnell verwenden könnte? Was ich nicht so dringend brauche. So. Du bist auch kein Gummibaum. Achso. Ich habe nur einmal getrunken. So. Du bist eine Birke. Ja. Moment. Und du siehst so leicht gelblich aus, das Naturkautschuk, ich geh kaputt, aufheben, das war ein gelblicher Baum, ein gelblicher Baum, du bist keiner, oder? Muss das sein, du blöder Wolf? Ich will mir doch nur eine Atemschutzmaske bauen, um Ruinen zu besuchen. Nein, jetzt kommt noch ein Schwein. Leute, ihr wollt mich doch nicht alle verarschen. Geh weg! Geh weg! Hilfe! Geh weg! Geh weg! So die gelblichen Bäume. Es wird langsam dunkel. Machen wir mal unsere Lampe an. Ne, wo sind wir? Da. Hautschockbaum. Moment. Kann ich fallen lassen. Habe ich noch irgendwas? Großfleisch, das wird auch bald schlecht sein. In der Nacht sehe ich es natürlich nicht. Oh, die Lampe geht automatisch an. Das ist ja... Uh, das ist nicht... ...Fönchen. Krach, die Lampe. Okay. Schlange. Was soll das immer? Habe ich hier eh was getan? Um... ... 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 Bist du auch Bungi-Baum? Kannst grad nicht mehr erkennen. Jawoll. Da verfolgt uns da wieder ein Schwein. So. So. Da ist ein Gummibaum. Äh, lauf, 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 lauf. Wildkröte. Oh, hier ist ein klein. Kleine Brücke. Handkleben, Rang 4. Kaufen. Leute, ich hab kein Geld. Glaub ich zumindest. Wird uns das angezeigt? Psi-Schutz. Äh. Hm. Nein, ich sehe kein Geld irgendwo. Türklingel? Hm. Ich wusste gar nicht, dass hier bei uns im Bereich eine Straße ist. Ja. Nicht so grob in mein, meine Heimat unterwegs. Ähm. Ein paar Pfeile herstellen. Wird schon wieder Zucker. Okay, Zucker können wir keinen mehr tragen. Wasser Kollektor. Der gehört jetzt sicher jemanden. Schnecke brauchen wir auch nicht. Wildschwein und die Schlange lassen wir in Frieden. Wieder eine riesen Basis. Ähm, was war das? Kaffeebeeren. Ähm, so. Okay, die müssen wir umgehen. Ölpumpe. Ich bin stolz, dass ich hier eine Armbrust habe. Und nicht endlich Papierpatronen bauen muss für meinen Revolver. Ja, kurz gucken. Die Richtung ist ganz okay. Ich hoffe, ich reiche eine Weile. Mit meiner Kautschukausbeute. Ach komm jetzt, du kleiner Krebs. Lass mich in Frieden. Danke. Der Nächste. Weg. Bleib weg. Ist das mein Haus? Nein. Ach man schon sagen, das sieht auch groß aus plötzlich. Ja, das sieht schon eher nach meiner Rumpelkammer aus. So, wie war das jetzt am Chemietisch, glaube ich. Schweifel-Pulver. Kann ich irgendwas zusammenpacken? Moment, der Gummibaumsetzling, den versuchen wir mal. Hier neben unserem Wasserspeicher Einzelpflanzen. Trinken. Trinken was. Ähm. Jetzt. Kurz. Ein bisschen was sortieren. Ähm. Großfleisch. 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 So. So. Ein paar Äste nachlegen. Gut. Haben wir ein bisschen Platz. So. So. Jetzt. Schwef- Schwefepulver. Was war's noch? Ähm. Und Kautschuk. Dafür bekomme ich fünf Kautschuk und ein Gummi. Okay. Maximal herstellen. So, dann gucken wir schon mal zur Rüstungsbank, 5 Gummi, 10 Eisenbarren, 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 5 Eisenbarren, ich hole mal noch ein bisschen Eisen, das ist wenigstens gleich hier in der Nähe. Eisen, 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 da bist du. Was warst du nochmal? Kaliumnitrat. Keine Ahnung, wie ist das gerade gut war. Ich denke wir müssen es weg machen, damit wieder im gleichen Verhältnis Eisen spawnen kann. So. Dann machen wir noch den weg. So und dann beende ich mal die Folge. Tschüss, ciao, bye, bye.